Die ersten Banken schließen ihre Bargeldausgabe. Das heißt, wir reden über Hessen und dabei über die Raiffeisenbanken und die Sparkassen. Die werden schließen und mit ihrer Schließung wird es nicht mal einen Bankautomat geben, wo ihr euch dann nachträglich Geld abheben könnt. Wenn wir uns anschauen, was da mit Fesers neuen Gesetzen kommt, den Anschwärzungsgesetzen, dann merkt ihr, dass wir in eine totale Überwachungsgesellschaft gehen. Ames Deutschland